Ich wollte fragen, ob die schon mal mit Männer rumgemacht haben. Ach, tatsächlich? Küssen mit Zunge. Sehr gute Frage. Das ist affirmativ. Aber selbstverständlich. Wir hatten Sex, aber wir haben uns nicht geküsst. Wir haben nur gekuschelt. Auch schon wieder eine typische Männerantwort, oder? Ja. Würdest du denn mal gerne mit jemandem rummachen? Ja. Mit wem denn? Mit wem denn? Mit dem mit. Was ist das? Ach, so mit mir auch kommen küssen. So, auf der nächste Frage. Wir haben heute Green Mates zu Gast. Wer steht jetzt an meiner Seite? Nico. Okay, deine Frage. Was hat dich davon, dass die Klingeltöne für Sandy verkauft? Die meisten sind ja nur Flüche oder Gerülpse. Diese Klingeltöne. No, 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 not the download. I mean on Jamba Klingelton. You know that? Yeah. Oh, Jamba Klingelton. Yeah. Natürlich. Jamba Klingelton. Jamba. I got that bookmarked. Hab ich als Lesezeichen im Browser? Is that a music-seichen? Uh, yeah, it's, uh, I don't even know that. I don't even know. Nee, die kenn ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was los ist. In the middle of night. Those are the voices in my head in the middle of night. 100, 100 Arms. Das reicht. War's mit Zunge oder ohne Zunge? War's mit Zunge oder ohne Zunge? No, I got no tongue. Okay, okay. Da hab ich leider nicht gekriegt. There, now that's better. Ich werde jetzt gerade total spitzen. Die Bolle ist unglaublich. Die Spiegelung war nicht. I'm getting jealous. Guck mal, du bist ja eifersüchtig wahrscheinlich. Ich werde auch eifersüchtig. That's the sweetest tongue in Germany. Sieht sich, sieht sich. Auf der sieben.